und und somit servus gut und hallo und willkommen zurück bei ganz schadet bei 1 und ja beim letzten Teil sind wir ja unten, ich habe hier die Sache beendet und machen wir jetzt direkt weiter also irgendwas so dann so, geh mal so, so ja geh ein bisschen runter was oh, habt ihr das gesehen? da leuchtet was, da blinkt was da was gefunden oh, kommst du her Goldring erster Schatz so aber wie kommt das? hey, that looks like an old powder keg over there was? oh, er hat recht ja, dann schießt er noch mal drauf Surprise und wie es halt auch Punktgenau landet super aber, man will hier nicht mehr das Spiel an sich oder schadet an sich die Reihe ist einfach mit einer der geilsten Reihen ähm, die es auf der Playstation gibt ähm, die es auf der Playstation gibt überhaupt und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass ähm die erste Teil von der Last of Us genau diese Fußstoffen voll mit dem einen wählen ersten Teil gezockter von The Last of Us weiß, äh, wie geil der zweite Teil auf jeden Fall werden wird so, also gucken wir mal weiter rum was? der alte Mann muss aufhören ich finde es ein bisschen schade, dass ähm kein Coop möglich ist aber anschaut, das war eigentlich immer ganz cool weil du bist eigentlich, äh, ab und zu bis eigentlich auch mit zwei Leuten unterwegs und äh, es hätte man ja auch durchgängig machen können und dadurch es da aus dem Coop machen können ähm, vielleicht vielleicht im vierten Teil man weiß es nicht ich soll hier, wie ich will's den Dreiecksbutton vergewaltigen dann mache ich das hier, lass mich das machen ja, natürlich ich meine, alter Mann, du hättest da aufhören, da durchgraben können, ne? aber ist okay ja, das ist ja, komm halt, halt wie schön der Schatten auch geworfen wird okay, lass uns gehen, das sollte man behalten oh Oh, hier. Das war ein bisschen zu nahe. Ich hoffe, dass dieses Ort hat eine dritte dritte. Ja, ich hoffe, dass du hier bist. Ihr wisst, das sieht gut aus. Ich denke, dass es etwas in Dreykes gibt, über das Thema. Ja, hier ist es. Es sieht aus, dass dieses Ding ist eine Art von Lamp. Oder Brazier. Versehen, ob du siehst. So, nachdem du all deine Scheiße über den Cigar... Jetzt kommt es in Hand, oder? Das ist magisch. Okay. Ist nicht irgendwo ein Pulverfass? Just saying. Nein. Okay, wie krieg ich... Hast du welches Holz? Aber, was ist hier denn? Ich muss hier draufschießen. Ich muss hier draufschießen. Ah, ich schieße eine Lamp runter. Alles klar. Oh. Oh. Ein kleiner Funke. Das Ding brennt. Das Ding brennt lichter. Das Ding brennt lichter. Das Ding brennt lichter. Das Ding brennt lichter. Alles klar. Okay. Oh, ich bin ja nicht mehr dabei. Das ist das 30 Jahre lang. Oh. 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 Oh nein. Okay. Ähm. Genug wird angestellt. Jetzt mach ich es richtig. Zack. Zack. Hepp. Runter. Runter. Hoch. Drüber. Hoch. Runter. Hoch. Und. Hoppala. 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 Äh. Ah, okay. Hui. Ah. Kann ich dich den hier schieben? Das muss doch irgendwas für irgendwas. Das Ding hier doch nicht gut sein. Dann kann ich das aufschießen. Oh. Hätte ich das mal gewusst. Dann hätte ich das obere auch kaputt geschossen. Ach, verdammte Scheiße. Warbisch da? Warbisch stimmt irgendwas drin. Oh. Pulverfass. Feuer. Oh. Oh. Feuer. Oh. 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 Okay. Also. Merke. Also. Merke. Solche komischen Dinger hier. Da könnte was drin sein. Hey. Sully. Warte auf mich. Ja. Zünd mal an. Wunderbar. Wunderbar wunderbar. Da laufen wir mal den lampen nach. wieder mal gucken was ist was geblinkt und leuchtet eigentlich hätte er sein kann hätte ja sein können man kann sich einfach so hoch okay dann klettern wir mal wieder ein bisschen das hier sieht doch mal aus ok 4 also was er jetzt gedrückt habe ist nur vier könnte nummer drei sein wo sind die anderen beiden da drüben ist was das müsste nummer eins sein genau nummer eins Ok Klettern wir mal hier rüber Das sieht nach Das könnte die 2 sein Ne, das ist die 3, ist definitiv die 3 Ok Das ist definitiv die 3 Dann muss ich da rüber Das da hinten Auf der anderen Seite Die hätte wahrscheinlich jetzt auch anders gehen können Alles klar, so geht das Auf mit dir Upsala, müsste das hier die 2 sein? Ja, das sieht ganz gut aus Wunderbar Dann ist das hier die 3 Und das sind die Nummer 4 Ok War ja jetzt mal gar nicht mal so schwer Ah, Kamera drehen Spring Ah, ruf mit dir Wut Wut Mh Es ist schon Wut Oh Was ist das? Das ist sehr tief. Ja, sieht aus wie es eine Strecke ist auf die Seite. Entschuldigung hier, während ich herausfahre. Alles klar. Also bemerkbar. Sorry... Äh... Ah ok... Ok... Ich verstehe nicht... Also es kann sein, dass ich jetzt in den Tod stürze... Ok... Ich dachte eigentlich, dass das eine Leiter ist... Er schiebt zumindest so aus in den Leiter... Aber er hat sie nicht benutzt, also... Scheint es gar nicht zu sein... Ok... Also... Keine Ahnung, ich spring jetzt einmal hier im Kreis... ... Nein... Ah... Mann... Soll ich nicht loslassen... Weil ich kann nicht auch einfach bis 100 gehen... Vielleicht hätte ich nicht, äh... fallen drücken müssen... Nein... Das geht auch nicht... Hahaha... Shit... Ok... Äh... Ah... Ah... Alles klar... Also quasi... Hier... Ok... Ähm... Das ist vielleicht springen... Oh... 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 Ah... 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 Hier... Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt geht er auf... Jetzt geht er auf die Leiter... Ah... anscheinend gerade ein bisschen probleme mit dem aufnehmen warum auch immer jetzt geht er nicht mehr auf die leitung ach das ist doch ein bisschen zu kotzen ich stelle mich hier an wie der letzte mensch ok ich muss das hier wahrscheinlich genau Soll ich runterspringen? YOLO! Okay. Tauchen ist leider nicht. Schade. Okay. Ja, das Schwimmen ist ein bisschen... sieht ein bisschen... komisch aus. Aber egal. I'm really wet. So, okay, dann. Hoppala. Tap. 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 Ja. Ah... Gotcha. Ja, das ist ein Pulverfässer. Sollte da bloß weggehen. Pulverfass! Was? Warum zur Hölle stehen der Pulverfässer? Na, egal. Oh, da! Hm, wir erinnern uns. Könnte was drin sein. Ich habe diesen. Ja. Das ist sicher. Ähm... Ich würde sagen, man muss da durchdrehen. Ah... Das sieht sicher aus. Ich habe diesen. Ich bin. Waaah! Loo. Waaah! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe es geschafft! Ich bin okay! Ich habe es geschafft! Jetzt sieht es, dass wir irgendwo sind. Nach dem, wir besser sind. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Natürlich! El Dorado! Der Goldene Man! Sully, es war nicht eine Stadt von Gold. Es war dieses. Es war ein Goldeneidol. Mann! Kannst du dir vorstellen, was diese Sache wäre jetzt wert? Schau mal hier. Tracks. Ich glaube, die Spanier haben es ausgeschlagen. Wir sind 400 Jahre lang für diese Party. Also, die Straße ist kalt. Ja, es sieht so aus. Scheiße! Scheiße! Sonst... Sonst... Sonst was? Wir folgen die Straßen. Nichts! Okay... Da ist aber nix drin. Okay. Dann folgen wir mal der Spur. Okay, dann folgen wir hier. Ja, sieht aus wie die Rückwahl des Tempel wurde geblasen. Ja, die Spanierer müssen sich selbst ein Schocken um den Schocken zu holen. Schnell. Jetzt was? Ja, das ist ein guter Vater. So, Uncle, what's mom? Wait, Sully, do you hear that? Now there's something you don't see every day. My God. Oh. Wie zur Hölle kommt dann U-Boot hin? Falsch abgebogen oder was? I'll be damned. Musta come up the river during flood season gotten stuck. Let's check it out, huh? Ah, wait, wait, wait. Something about this feels kinda hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-Boot in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I'll tell you what, why'd you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait, 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 wait. Hold on to this for me, will ya? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Na dann, Belohnungen freigeschaltet. Kapitel 3, ein überraschender Fund. Aber ich würde sagen, Kapitel 3, werden wir im nächsten Part sehen. In diesem Sinne, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich lasse euch dieser schönen Sicht, ja. Ich lasse euch. Tschüss und haut rein.